Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Freitag, den 31. Mai. Ja, gestern war Feiertag, aber heute für viele eventuell auch ein Freiertag, Brückentag sozusagen. Ich hoffe, ihr habt auf jeden Fall einen großartigen Tag und hier noch ein paar News für euch. Wir haben dabei Revolut, StreamOn, Motorola, Foursquare und Tesla. Ja, beginnen tun wir mit Revolut, das Fintech-Startup, die Online-Bank, wie man es benennen möchte. Ist ein großer Favorit von dem Martin und auch mir. Und worauf haben alle gewartet, beziehungsweise zumindest der Martin und ich und vielleicht auch einige von euch, auf Apple Pay. Und Apple Pay ist jetzt verfügbar für Revolut. Die Revolut Mastercard und Visa-Karten können hinzugefügt werden. Das geht in der App, indem man entsprechend den Button unter der jeweiligen Karte antippt. Oder auch, ihr könnt die Karte manuell eingeben oder auch scannen, ganz wie ihr mögt. Es scheint aber nicht hundertprozentig bei allen Nutzern zu laufen. Es wird wohl langsam ausgerollt. Ich konnte manuell gestern die Mastercard hinzufügen und heute konnte ich einfach über die App alles hinzufügen. Also sprich Master und Visa. Aber bei einigen Nutzern geht es wohl immer noch nicht. Deswegen probiert es einfach aus. Aktualisiert gegebenenfalls die App. Oder startet auch mal euer iPhone neu. Das war auch ein Tipp, den ich auf Twitter gelesen habe. Nächstes Thema. Deutsche Telekom. Die haben ja den Dienst StreamOn, wo Dienste entsprechend keine Daten benötigen. Oder die benötigen schon Daten, aber die werden nicht berechnet gegenüber dem Datenkontingent, was man in seinem Vertrag hat. Und mittlerweile ist da ja auch fast jeder dabei. Und ich wundere mich, dass es immer noch neue Dienste gibt. Aber es gibt diese. Und die Telekom hat angekündigt, wer bei StreamOn ab dem 1. Juni neu dabei ist. Und das ist 1A Webradio. Dann der Video Society Player. Noch nie von gehört. Und vielleicht ein bisschen interessanter, die Gaming Streaming Partner. Das ist dann Angry Birds 2. Fabulous Wedding Disaster. Hearts Medicine und Hospital Heat. Oder Hearts Medicine und Hospital Heat ist ein Spiel, glaube ich. Naja. Also, wie gesagt, die Liste ist eh schon umfangreich genug. Aber vielleicht ist er einer von den Neuzugängen für euch wichtig. Und ihr seid bei Telekom und freut euch darüber. Nächstes Thema. Wir hatten es ja in der letzten Folge. Da hat ja einer einfach auf Amazon das Moto Z4 bestellt, was noch gar nicht vorgestellt wurde. Uns auch bekommen. Und ja. Motorola hat reagiert. Und vorgestern, äh, nicht vorgestern, gestern. Genau. Vorgestern haben wir darüber berichtet. Gestern haben sie es dann gemacht. Sie haben das Moto Z4 vorgestellt. Und das ist jetzt nicht so der große Buller. 6,4 Zoll. Full HD plus OLED Full Vision Display. Seitenverhältnis 19 mal 9. Snapdragon 675 SoC. Und 4 GB RAM. 128 GB Speicher. Und erweitern könnt ihr das per Micro SD bis 2 TB. Tja. Dann natürlich auch wieder an Kameraspecs. Falls euch das wirklich interessieren sollte. Dann guckt in den Link in den Shownotes. Und ansonsten würde ich sagen, ja, haben wir zur Kenntnis genommen. Schieben wir weiter. Was ein bisschen überraschend kam, ist jetzt, dass Foursquare eine, ja, Akquise gemacht hat. Sie haben Geld in die Hand genommen. Haben auch gerade frisch eine neue Finanzierungsrunde von 150 Millionen bekommen. Und haben die Firma Placed von Snap abgekauft. Snap, die Mutterfirma von Snapchat. Die hatte Placed gekauft in 2017. Genau. Placed ist ein Dienst, der ähnlich wie der Dienst von Foursquare funktioniert. Also der Attribution-Dienst von Foursquare. Der praktisch Vorhersagen und Nachverfolgen kann. Wie Leute zwischen Online und der analogen Feld sich bewegen. Wenn sie halt Kampagnen sehen. Ob sie den Kampagnen folgen, die sie Online sehen, um dann in den Laden zu gehen. Ist vielleicht ein bisschen kompliziert beschrieben. Aber ich hoffe, ihr habt den Punkt bekommen. Naja. Und Placed ist entsprechend jetzt von Snap zu Foursquare gewandert. Gleichzeitig wird der Founder und CEO David Shim jetzt bei Foursquare entsprechender Präsident. Und dieses Produkt von Foursquare, das Attribution. Heißt ab jetzt Placed, Powered by Foursquare. Die beiden Dienste werden zusammengepackt. Weil die ja auch praktisch genau das gleiche machen. Und damit, ja, haben sie da ein großes Fund im Markt B2B. Und ja, wer sich immer so überraschend wundert, gibt es Foursquare noch? Ja, die gibt es und denen geht es richtig gut. Die machen halt nur noch keinen, ähm, was heißt noch keinen? Die machen nicht mehr. Großartig Endkundengeschäft. Also wir können alle Swarm und Co. nutzen und den City Guide von Foursquare. Aber die Musik spielt bei denen in B2B. So, letztes Thema für heute. Tesla. Die haben auch ihre Teslas jetzt in China in der Produktion. Weil dann können sie die wohl günstiger anbieten. Und das Model 3, das wird nämlich in China produziert. Und wird jetzt verkauft für 328.000 RMB. Das sind rund 47.500 US-Dollar. Und das ist damit 13% günstiger als die vorherige Einstiegsoption. Das war dann nach meinem Verständnis mit dem importierten Model 3, äh, ja, immer noch ein stolzer Preis als Einstieg. Und wer in China jetzt Lust hat auf dem Model 3, der muss 20.000 RMB als Deposit angeben und kann dann sein Auto in 6 bis 10 Monaten erwarten. Ja, gucken wir mal, ob Tesla das großartig voranbringt. Zusätzlich kann man das Model 3 jetzt auch noch in Australien, Hongkong, Japan, Neuseeland, Irland und Makao ordern. Also Hongkong und Makao liegen ja bei China auch relativ nah. Beziehungsweise gehören zu China. Das macht dann auch Sinn. Und vielleicht profitieren die ja auch von den günstigen Preisen. So, und das war's auch. Ich hoffe, wie gesagt, wenn ihr einen Brückentag habt, dann, dass ihr den Tag genießen könnt. Wenn ihr zur Arbeit oder zur Schule müsst, dann, äh, guckt, dass ihr einen Tag gut über die Runde bekommt und habt ein großartiges Wochenende. Ab Montag ist der Martin wieder für euch dabei. Ciao, ciao, bleibt positiv. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.